Ich zeige dir hier noch kurz die Plakate. Wir haben ja heute Japaner, die in Berlin wohnen, sind auch hier vertreten. Also nochmal ein Riesen-Dankeschön an alle, die gekommen sind. Und echt super, dass das heute auf die Beine gestellt worden ist. Ein Tag nach der Wahl. Super, ein Applaus. Wie gesagt, wir sind also vollkommen und total gegen Atomkraft. Wir haben die Petition jetzt abgegeben und hoffen, dass auch jemand darauf hören wird. Und wir hoffen, dass die Regierung in Japan auf jeden Fall nichts der Atomkraftwerke wieder öffnet, keine neuen Atomkraftwerke wieder bauen wird. Und für alle Japaner, die uns heute über den Livestream zuhören oder zuschauen, nochmal,再稼働,反対. ZEIKA-DU-HAN-TAY Zwei Kadoo-Han-Tai! Zwei Kadoo-Han-Tai! Und noch einmal alle zusammen! Zwei Kadoo-Han-Tai! 原発いらない! 私たちの未来のために原発いらない! ドイツからも応援しますので 日本での脱原発運動を続けてください! ありがとうございました! お風呂! 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 Щ proncel! Okay, damit löse ich die Veranstaltung für heute auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gleiche Welle, gleicher Ort oder vielleicht woanders. Habt schon, besucht uns bei unserer Veranstaltung und auch bei unserem monatlichen Treff. Könnt ihr alles bei uns nachlesen. Danke und tschö. Ja, hallo Leutchen, es ist relativ schön.